Reiner hat das mit dem Weg gebracht. Das ist ein sehr guter Spiel. Reiner, Haaland, ein weiter Weg von Andreas Lute. Rettungsaktion von Andreas Lute. Und Lute! Und das galt auch für den Vertreter von Andreas Lute, Jakob Busch. Und dann können wir uns nochmal an dieser Parade von Andreas Lute erfreuen. Unfassbar! Andreas Lute! Robin Hacken zieht nach innen und dann Lute! Macht sich ganz lang Andreas Lute! Und dann das Parade von Andreas Lute. Freistoß, nochmals Jaron Scheri! Und Frederic Renault beweist, dass er zu Recht das Tor von Union Berlin hütet am heutigen Abend. Das ist wieder Ola Jinka und der nahezu federlose Frederic Renault. Rettungsaktion von Andreas Lute. Rettungsaktion von Andreas Lute. Einmal mehr locker runtergenommen. Vom fehlerfreien Andreas Lute. . Untertitelung des ZDF, 2020